2, 2, 1. Jawoll! 3, 2, 1! 0,5! 0,3! 0,1! Let's go! Oh, die ist direkt scharf. Die ist missgeboten scharf, komm hier rüber. Ich bin voll weit vorne bei uns, scheiße. Ich bin voll weit vorne bei uns, scheiße. Der ist doch...ja ok, schlecht, weil du die Reiter eh schon hörst, ne? Ja. Mille will einmal zum Prime-Kill, wenn die Hit-Ringe-Serie rauskommt. Ach, schön. Ich spiele so selten Engländer, ich weiß gar nicht von was ich...wie viel brauche. Engländer bin ich gar nicht mehr gewöhnt, da ich brauche auf jeden Fall viel Holz später. Ja, du musst erstmal Nahrung und Gold geben für Verage ab und dann geht... Wie viel brauchst du für, ähm...belagerungsscheiß da? Ich weiß gar nicht, wie viel der Tag kostet, keine Ahnung. Ich hab schon ewig sowas nicht mehr gespielt, ich geh eigentlich fast immer nur auf Reiterzeug mit Franzosen. Ja. Also ich bin schon ewig nicht mehr auf Inter-Infanterie gegangen. Aber Engländer ist mindestens das Infanterie-Folge, was ich am besten kann. Ich glaube, es kostet 125 Gold. Kann sein, ja. Weiß nicht, ob ich das Mühlen-Update hier in der Mühle machen sollte oder nicht. Also hier...wie heißen das? Schubkarre. Wenn wir auf Rush gehen, ob sich das Sinn macht. Schubkarre kannst du später machen. Ich würde jetzt erstmal euer Job machen. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich genug Gold und Nahrung zusammen bekomme dafür. Yaro. War auch die Frage, ob ich Fehler noch hier habe, aber ich hab einen Bonus drauf. Warte mal, welchen wollten wir jetzt? Welches ist denn der? Der Holium Empire, das ist der blaue. Hat man noch nicht...Alter, hast du gerade den mit Schafe gestenzt? Oder war das schon deine? War schon einer. Ich dachte, du hast die gestenzt, das wär cool gewesen. Vielleicht wart ihr hier vor der Stadt, ich hab auch ein paar vor der Stadt geklaufen. Ja, ich kann das auch nehmen. Ihre. Also ich versuche schnell auf H abzugehen, dann baller ich wieder Holz. Ihre, ich hab seinen dummen Spieler gekillt. Beste Leben. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wer er ist. Ja, der reitert hier rum. Abtei des Königs baue ich auf jeden Fall. Ja, schönen kleinen Ritter, ne? Das ist der Plan. 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 Eine Schmiede muss ich mir auch noch leisten, dann. Ja, ich auch. Wir müssen noch rausfinden, wo der blaue ist. Was, welcher ist? Der grüne? Der grüne ist der Franzose. Der war noch mal ne krasse von denen. Der aber sieben. Der blau. Blau, okay. Ich denke, der wird irgendwo hier sitzen, oder? Ja, kann gut sein. Oh, da auch irgendwo. Wir haben doch keinen, aber sieben diesmal. Das war auch das andere Spiel. Oder von gerade, wo wir rausgeflogen sind. Ja, ist keine Ape. Stimmt. Das ist jetzt die Geschichte, dass wir das erste Holy Roman Empire rausnehmen. Ne, Chinese ist der nicht. Chinese ist der gelbe. Holy Roman Empire wollt man pushen. Ja, das ist auf jeden Fall der blaue. Danach sollte man den gelben versuchen zu pushen. Viel Zeit scharf. Töne ich auch. Kann ich mal an dem Marktplatz hier scouten, Lukas hat ja eben scouten da. Ja, mach ich, mach ich. Ach komm, hier sind solche Opfer wirklich. Also meine Dinger nicht ihr, ne? Ok, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wir wissen immer noch nicht wo der blau ist, oder? Er muss ja eigentlich so angeordnet sein wie bei uns, ne? Ja, ich glaube schon, aber... Ja, es ist random, oder nicht? Weiß ich nicht, aber wo ist der blaue, wenn dann ist trotzdem die Frage. Aber hier ist der blaue, ich hab ihn. Da ist der blaue, ok. Aber das ist genau der Franzose halt da vorne. Ja, was hat mich da gehittet gerade? Ach ne, der hat meine Bogenschützen gesehen, der grüne. Ja. Oh, der hat einen Ritter schon. Ach ne, der ist natürlich ganz schlecht. Ja, dann schießt sie zurück, oder? Obwohl, ich mach's ja nicht, oder? Der kommt drauf an. Ah, der muss auch ein paar Schwerke einfach machen. Das geht nicht, das ist ja auch Lukas Wartes. Ich kann mir nicht mal gerade eine Kaserne noch leisten, wenn ich hier weiter produzieren will. Ich komm jetzt hier hin mit meinen Schwerke. Ja, ich die Maya mal ein bisschen hoch, dann seht ihr die mit den Rittern nur optimal, fand ich alle. Jetzt sollen wir dort den Franzosen dann machen, maybe. Weil der schützt eh den blauen. Dann ist es halt so. Dann haben wir zumindest aber einmal schon mal platt gemacht. Ja. Weil der ist natürlich nicht gut, wenn der blaue da wäre, aber ist er halt leider nicht. Alter, es ist unglaublich, wie viel Holz man braucht als Engländer. Vielleicht hat es wieder voll unterschätzt. da kommt doch noch. Nichts. sollen wir reingehen langsam schon auch auf grün ich bin da ich bin da der gelbe hat eine mauer hier gebaut müssen die auf grün und die wörter diesen ritter bei mir auf der seite dann knallt mal die rammen oh dein scout digga da pullt die ritter hier schon rein ja ist ja nicht schlimm dann mach ich die eben weg mit meinen sperrkämpfern doch auch auf jeden fall wo schützen er geht ja schon dritte der franzose wir müssen das erste aus dorsten wird schon mal nicht drauf oder ja ich gehe schon aufs dorfzentrum drauf mit dem ersten rambock mit dem zweiter bei mir auch noch im dritten rambock meine sind auch unterwegs ich brauche deine sperrkämpfer ist ein dritter bei mir ja geht auf deine rammen ja aber ich mache dafür richtig viele von ihm seinen dingern down stehen noch einheiten von dir lukas ne ja ich weiß ich schicke die immer direkt nach also ich sammle die da und dann schicke ich sofort runter ich bin auf die wahrzeichen direkt mein kram gekürt ja gut das ist unser freund ich hab grad schluss gehabt ok da kommen die dinge die müssen platt machen die ritterin muss unten die bogen schützen platt machen die machen meine bogen schluss ja ich mach ich mach das sind nämlich die ekelhaften da kommt noch ein ritter von links ja warte backup 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 du kannst schön auf die wahrzeichen du kannst hier schön bei dem wahrzeichen bleiben ja mach ich ja ach komm mir seid echt so inkompetent alter sind wir ernst du kannst dir ne warmen pulier rüber du kannst dir ne warmen pulier rüber du kannst dir ne warmen pulier rüber paul meine sind schon die bogenschützen müssen weg von von den anderen und zum blauen runter oder der ist tot naja direkt runter vielleicht hier die wand einreißen ich muss kurz heilen schickt die raus die los sind die von der anderen seite gerade hin was ist eine menge stehen lucas was habe ich eine menge leute stehen ja 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 ich komme auf die bogenschütze auf die bogenschütze die roten da 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 ich halte die ritter weg ich halte die ritter weg ja ich mach alles auf die bogenschützen ich habe auch die anderen bogenschützen die meine countern die dinger sind gleich weg die die wollen die bogus zieht sich jetzt erst ja die haben hier hochgezogen die einen täte ist echt böse die die also wenn wir sie nicht halten ich muss einer auf die auf die gelben bogenschützen gehen der rote kommt auch nochmal mit richtig bogenschützen hier was macht unser franzosen mit dem rittern grad ich gehe außen ich gehe hier hinten herum damit ich die aber jetzt sterben meine ganzen rahmen da unten war ich kann ich hab keiner gegen die gegen den seine komischen teile da nichts machen ich muss nur hinter die bogenschützen kommen damit ich die töten kann ich habe meine ganze armee verloren an dem seien leider die reise noch haben im spiel und ich meine ja ich habe noch eine rahmen auch schon wie noch zwei noch eine macht notfallreparatur der blaue ich brauche jetzt auch mal ein dinger hier muss man hier unten ein bisschen umplanen muss jetzt mal eine zweite dinge sind wir zu bauen das ding ist kaputt ich gehe auf die auf den bergfried das letzte wahrzeichen ja ich komm warte die bauern küll ich die bogen schützen hier unten bitte ich brauche hilfe und roten wir haben noch bogenschützen zeug soweit glaube ich ja ich gehe drauf ich gehe drauf ich kümmere mich dann um die infrastruktur vom roten die ganzen händler habe ich schon getötet ich mache das tor kurz auf dann können wir hier durch weil bis ich mit meinem rahmen da außenrum bin dauert es ewig ein scheiße falls gewollte nein auch nicht man sagt aber ich so unten gleich hilfe bei mir ich habe meine rahmen jetzt hier dann bin bei dem chinesen jetzt drin da hatten doch hier ist auch auf ritter oh komm er kommt mit seinen scheiß zu genug scheiß dingern wieder alter ich gehe kaputt ok hier unten bin ich ziemlich ausgeliefert leider ich hätte nicht alleine reingehen dürfen ich pass auf ich sammle mich weiter hier oben wieder hier ist jetzt erst eine ritterzeit ich bin immer noch vor der allzeit alleine kann ich ja nicht machen jeweils auch dritten dritter mann mache ich jetzt auch wir sammeln uns weiter oben oder noch mal bei dem blauen sammeln wir uns ja ja ich habe mich überall vor dem gelben so an der mauer in dem bereich ihr müsstet mir aber gleich helfen kommen hier der gelbe hat nämlich hier viele truppen ja aber du machst hier irgendein gebäude kaputt alter ich wollte aber ich ja fucking ich tue die ganze zeit den nachschub von dem roten abfangen der tue die ganze zeit irgendwie punkt ich gehe die ganze zeit in der dinge an dir kommen nach dass sie trotzdem 48 bogenschützen noch gehen wir jetzt rein schon oder ja ich war auch meine bank da ja weil hier sind teilweise schon gefeiert ich glaube sondern dass wir solch runter kommen zu denen also auf die stelle mit ihrer zeit oder mit euren und ich habe mich da rauszunehmen dann rücken wir mal so viele wie möglich da rauszunehmen dann die wo 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 Ich hab 60 Bogenschützen dann da gleich wieder, ich würd's gern mal diesen einen Tag machen. Der Gelbe pusht vor. Ich will den Bergfried da hochziehen. Ich versuch die mal rauszusnipen, die den Bergfried hochziehen. Ich greif jetzt an mit meinen Ramböcken, ich geh auf Stilabzeichen. Ich hab ne Manga jetzt da. Die Manga ist natürlich jetzt key. Ja, genau den richtigen Manga hoch, der Wixer. Die wollen das Ding hochziehen, den scheiß Teil, ne? Ja, die haben das Ding hochbekommen, leider. Nicht so schlimm, wir haben ja richtig viele... Ich geh jetzt direkt auf den Bergfried, das Wahrzeichen ist kaputt. Die zu genug sind da halt das Problem, ne? Die kehren die ganze Zeit mal den Bogenschütz ins Todes raus. Aber jetzt gut, ist perfekt, jetzt kommen die Manga da. Und der hat ne Dings, der hat nen... wie heißt das scheiß Teil? Da müssen die Ritter jetzt rauf. Oh, ich komme. Ich hab wieder 10 Ritter hier. Fuck. Ich hab jetzt ziemlich viele Lowboys. Aber so ließen eigentlich noch, ich versteh doch gar nicht. Keine Ahnung. Das ist echt krass, weil wir die kämpfen. Die sind echt schön im Fight, das stimmt. Find ich aber eigentlich ganz cool. Aber jetzt sieht's glaub ich da inzwischen doch schlecht aus für die. Ich bin auf diesen chinesischen Scheiß-Teil. Der Bergfried ist weg. Ich geh aufs Dorfzentrum mit meinen Ramböcken. Ich mach mal die Sperrkämpferplatte, die da rauskommen. Oh, der baut es nur noch Anbruchsschützen. Das war der Rote, oder? Okay. Ja, GG. Schönes Match. Eieieiei, was eine Runde. Diese Armee von diesen Nachzüglern hier die ganze Zeit. Geil. Stark gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich verloren hab an Militär. Junge, Junge. Schönes Match. Muss ja erstmal reingucken. War irgendjemand H3 von euch? Ja, ich. Sonst hätt ich ja keine Mann gehabt. Ja gut, stimmt. Stimmt, stimmt. Oho. Alter, einfach 92 Bogenschützen verloren. Chillig. Schönes Match. GG.